Als nächste Turnerin, die erste Turnerin, die erste Gymnastin aus der UdSSR, das ist Oksana Kostina. 18 Jahre ist sie alt, sie hat am Montag Geburtstag, wird 19. Sie ist die dritte Russin im Bunde. Und sie zeigt ihre erste Übung mit dem Seil, ein einfühlsamer Auftakt. Aber so viel kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Sie wird schwierigste Übungsteile präsentieren. Da fängt sie das all in der Rückfolge. Das ist ein Risikoteil und Oksana Kostina liegt derzeit auf dem fünften Rang. Hat bisher zwei Wertungen über 9 bekommen. Eine 9.3 mit dem Kollen, eine 9.4 mit dem Ball. Und auch mit diesem Gerät wird sie sicherlich in diesem Bereich liegen. Fehlerlos diese Übung von Oksana Kostina. Diese Stars haben ja immer einige Übungen im Patch.